Oh Mann, die Williams-Brüder. Ja? Was ist mit denen? Zwischen denen knallt's, Mann. Im Halbfinale haben sie sich fast gegenseitig verprügelt. Ist er ernst? Ich musste sie stoppen. Tja, bei dem Champions League Halbfinale, da geht's echt zur Sache. Du hast recht, du hast recht. Also, Bro, wer sind die da? Wer? Die Leute in deinem Haus. Das ist die Hantu Rash, Mann. Okay, aber was haben die für eine Aufgabe? Also, was machen die eigentlich? Ah, so ein Markenzeug, Management, dann. Die machen alle irgendwas, ich weiß es nicht genau, das regelt alles Bär. Kennst du ja. Ich mein, bei mir. Ich hab meinen Vater und dann noch ein paar unverzichtbare Leute, aber das war's. Sonst keinen? Nein. Dieser, dieser Beruf erlaubt mir nicht viel Freizeit, also will ich sie nur mit den Leuten verbringen, die mir wirklich wichtig sind. So, hab ich das noch nie gesehen. Ist nur meine Meinung. Ich muss jetzt los. Ich wär gerne noch etwas länger geblieben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Klar doch. Danke, Mann. Guten Flug, Mann. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sri punkte. Ja. Kerk, Mann. coat, Mann und glaub. Mann steht. Untertitelung des ZDF, 2020